Desinfektionsschleusen in öffentlichen Einrichtungen Alleine sterben lassen ist Nächstenliebe. Wahre Freiheit findet in der Isolation statt. Selber denken gefährdet das Allgemeinwohl. Impfung ist Nächstenliebe. Nähe vermeiden für immer. Opfert alles der Hygiene. Trennt euch von den Gefährdern. Schützt die Ungeborenen. Verzichtet auf ihre Zeugung. Verratet eure Nachbarschaft. Riegelbrecher an die Wand. Gefährder in die Einzelhaft. Maskenpflicht ein Leben lang. Impfgegner entrechten. Fügt euch der Normalität. Maskenleugner ächten. Das ist Solidarität. Solidarität. Kontaminierung vermeiden. Absolute Keimfreiheit. Körperkontakt schafft Leiden. Sicher ist nur Einsamkeit. Maskenpflicht für Neugeborene. Unser Atem tötet. Sicher bist du nur in der Isolation. Sei immer gehorsam. Impfung ist Nächstenliebe. Nähe vermeiden für immer. Opfert alles der Hygiene. Schütze deine Liebsten. Lass sie allein. Trennt euch von den Gefährdern. Schützt die Ungeborenen. Verzichtet auf ihre Zeugung. servicios São AstraZeneca. ủ